Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Tekken 8 Online-Ranked-Video mit Raven, Mensch. Unser erster Gegner, Kasuer, 212.000 Tekken-Power. Krass. Okay. Okay. Ja. 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 Okay, okay. Ja. Autsch. Ah, ich bin da reingelaufen. Das war's. Oder, wow, nein. Das war's nicht. Krass. Ja. Ja. Ja, das geht's los. Oh, meine Güte. Au. Round 3. Fight. To, to. Hm. 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 Ah, ich dachte, der würde einen Hellsriep machen. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, ich dachte, der Hellsriep. Ja, jetzt kommt der Hellsriep. Wahnsinn. Okay. Unglaublich. Okay. 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 Ja, genau. Okay. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Okidoki Nein Nein, auch nicht Ok Oh, meine Güte Wahnsinn Oh, Wahnsinn Krass, ey Das war's, glaube ich, für mich Die Runde ist Ok Ich wollte hochspringen Aber er hat mich mit dem unteren Und dem mittleren Schlag Erledigt Schade Round one Fight Wahnsinn Ok Okay Hm No No Kann ich bitte aufstehen Wahnsinn Wahnsinn Das ist unglaublich Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Natürlich Natürlich Und dann steh auch nicht auf Nein Steh nicht auf Du musst nicht aufstehen Raven Du kannst ruhig liegen bleiben Ja klar Kombo verkrackt Was ist das? Das ist das? Ja klar Oh, zu schade Das ist das? Oh, das ist das? Oh, das ist das? Oh, die ist das? Ich weiß nicht, warum er da nicht aufstehen konnte. Hat er mich doch noch geschafft, an die Wand zu klatschen, dass ich da einfach, ich weiß nicht, kleben geblieben bin? Das verstehe ich manchmal nicht. Manchmal kannst du sofort aufstehen, wenn du so halb auf der Wand bist. Aber manchmal, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich da nicht so halbieren kann. Ich weiß nicht, warum ich da nicht so halbieren kann. Ich weiß nicht, warum ich da nicht so halbieren kann. Okay, GG, GG, haben wir nochmal, ja, geschafft, ihn zu besiegen. Okay, nächster Gegner, Jhin. Oh mein Gott, das hängt. Oh mein Gott, das hängt aber. Ja. Okay. Okay. Oh meine Güte, ey, das gibt's doch einfach nicht. Ich kann einfach nicht zu ihm nah rankommen. Na gut. Na gut. Okay, der andere ihm so. Oh, gut geblockt. Okay. Oh, okay. 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 Oh, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Mensch, der hatte aber auch ein bisschen Pech, dass der alles falsch geraten hat. Oh, 1000 Punkte. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal 1000 bekomme und manchmal verliere ich 1000. Wenn ich jetzt 1000 bekommen habe, verliert dann der Gegner diese 1000 Punkte? Oder was? Ich checke es nicht. Au. Au. Okay. Okay. Ah, okay. Oh. Oh. Ja. Oh meine Güte, warum laufe ich denn immer zu ihm? Oh meine Fresse, ey. Ich habe einen anderen Move, den kann ich benutzen, aber ich idios. Lauf immer zu ihm. poisoned. Oh. Oh meine Güte. Oh, mein Gott, wo war denn mein anderer Schlag? Ja, gut, geblockt. Okay, weiß ja Bescheid. Okay. Okay, ich glaub, das war's. Okay, haben wir. Puh, okay. Wahnsinn. Wahnsinn, einfach nur. Krass. Okidoki. Geiler Aufzug. Nächster Gegner, Brian. Oh, mein Gott. Das hängt aber. Oh, mein Gott. Seht ihr das? Heiliger Scheiße. Sein PC ist ständig rot. Sein PC ist ständig rot. Krass. Krass. Okay. Okay. heilige scheiße ruckelt das meine güte ist nicht normal ja und das war's ne sorry mein freund aber gegen dich habe ich keinen bock weiter zu spielen weil du einfach hängst und wie gesagt ihr habt ihr gesehen und er kennt sich selber er kennt sich selber sein pc war rot er kennt sich selber er hatte verbindungs abbrüche also verbindungs trennungs abbrüche vier prozent ich weiß nicht ich weiß nicht also wenn der pc so schwach ist ja es ja es hört sich leicht an aufrüsten oder schraubt die grafik auf minimum aber leute also ist es scheiße zum glück war ja nicht wlan das wäre noch schlimmer wenn er wlan und dann ständig ein roter pc war aber ja suchen wir uns den nächsten gegner na gut der hat eine verbindungstrennungsrate von sechs prozent aber zum glück sein pc ist grün und ja so ist auch auch okay wdam der kagel das gibt es auch nicht ha 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 auch man ich meine schanz Nee Okay Ah, da kommt noch ein Schlag Verdammt Ey, wie viele Verdammte Scheiße, wie viele Hellsweeps Willst du denn machen? Yep Genau Got this win Okay Natürlich, natürlich Mit was kannst du denn sonst noch anfallen? Entweder Au Ja Natürlich Natürlich bist du schneller als mein, äh, Hit-Smash Ich hab was gedrückt, was? What the fuck? Was ist grad passiert? Ich hab nichts gedrückt Wieso kam er durch? Strang, strange, strange, aber gut Wie gesagt, ich versteh das nicht Ich hab, ich hab zwar unten geblockt, aber wo ich, wo er das gemacht hat, bin ich sofort aufgestanden Also ich hab dann normal geblockt Ey, das gibt's doch einfach nicht Ey, wenn er mich so nach unten schlägt, dann Kann ich meinen, ähm, Powercrush nicht machen Das ist ziemlich ärgerlich Okay Ah, meine Güte Okay Okay Ja Ja What the fuck? Halleluja Oh, meine Güte Was? Wie, hab ich denn die Runde noch gewonnen? Halleluja Ja, ich dachte, der macht wieder unten Ja, genau Hellsweep Ja Ja Ja, genau Okay Okay Ja Jawohl Was für ein comeback Meine Güte Das war ja richtig krass Oh, Wahnsinn Wahnsinn Ich dachte, ich verliere die Runde, aber, äh, da Hab ich mich gut entschieden, dass ich, äh, Heat nochmal einschalte Round one Fight Yeah 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 Oh, Gottes Willen Ey, dieser Fuß Ich kann da nicht aufstehen Der presst mich so auf den Boden Machen wir safe Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das sollte ihn erledigen Bäm, geil Geil Ja 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 Wahnsinn, du bist ein Genie mit dem Mit, 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 mit Kasuja Ja Ja Ja, genau Okay. Okay. Das war's! Wuhu, wir haben ihn erledigt. Jawoll. Ey, aber ich muss sagen, ich glaube hier in diesem Match, die zweite Runde, da hat er ein bisschen, ja, die Hörte gespielt. Vier- oder fünfmal hat er mich, glaube ich, mit dem niedrigen Schlag getroffen. Und bei dem, dieser niedrige Schlag übrigens bei Kasuer, das ist so ähnlich wie bei Jhin, nach unten zwei. Wenn er mich trifft, ist das ein Konterlauncher und er kann mich da, ja, viel Schaden machen. Wenn ich aber versuche, ihn zu blocken, kommt dann dieser Fuß. Und dieser Fuß ist auch, ist ein Launcher, glaube ich, bei ihnen, der dann auch sehr viel Schaden macht. Also Mix-Hubs sind sehr gefährlich, aber ich würde auch sagen, wir machen jetzt Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Tekken 8 Online-Ranked habt, dann würde ich euch die Videos empfehlen. Wenn ihr Bock auf Helldivers habt, dann die Videos, ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video.